Heute möchte ich Ihnen den Rot-Kunststoffspeicher Thermotank Quattroline vorstellen bzw. auf ein paar Besonderheiten dieses Speichers hinweisen. Bei diesem Speicher handelt es sich um einen druckstabilen Kunststoffspeicher, der die Energieeffizienz Klasse A erreicht. Eine weitere Besonderheit dieses Speichers ist das spezielle Schichtladeverhalten des Speichers. In dem Speicher befindet sich ein Schichtladerohr, damit die Temperatur optimal in den Speicher eingespeichert wird und somit auch optimal für das Gesamtsystem des Gebäudes genutzt werden kann. Optimale Schichtung bedeutet, ich habe in meinem oberen Bereich des Speichers zum Beispiel 50 Grad, im mittleren Bereich des Speichers zum Beispiel 35 Grad und im unteren Bereich des Speichers die kälteste Temperatur von 20 Grad. Somit kann ich dann schnell und optimal die höchsten Temperaturen am Speicher entnehmen und effizient für das Gebäude nutzen. Zusätzlich sorgt die Kunststoffwandung dafür, dass die Schichtung nicht zerstört wird, weil Kunststoff ein geringer Wärmeleiter ist und somit die optimale Schichtung im Speicher durch die Kunststoffwandung nicht zerstört wird und weiter erhalten bleiben kann.